Da sich die einmotorigen Schienenbusse der Baureihe VT95 als teilweise untermotorisiert herausstellten, ließ die Deutsche Bundesbahn vor allem für die steigungsreichen Nebenbahnstrecken die zweimotorige Baureihe VT98 entwickeln. Um das Fahrzeug universell einsetzen zu können, wurden unter anderem auch passende Bei- und Steuerwagen geordert. Ausgerüstet mit Schraubenkupplung und Federpuffer konnte der Triebwagen auch einzelne Personen- oder Güterwagen mitführen. Der rationelle und kostengünstige Einsatz dieser Triebwagen brachte ihnen das Prädikat »Retter der Nebenbahnen« ein. Das Vorbild des Triebwagens mit der Ordnungsnummer 798 514-6 war der BD Karlsruhe BW Radolf Zell mit Revisionsdatum vom 19.09.79 zugeordnet. Der dazugehörige Steuerwagen trug die Ordnungsnummer 998 736-3 und war gleicher BD und BW zugeordnet. Das Revisionsdatum des Bei-Wagens ist der 11. Februar 1979. Der Schienenbus wird in purpurroter Ausführung mit Kuckuckslüftern geliefert. Der Pico Schienenbus, den es nun erstmals auch als Modell einer der früheren Bauserien gibt, ist eine komplette Neukonstruktion und kommt als Epoche 4 Modell in den Fachhandel. Er wird in DC- und AC-Ausführung angeboten. Die AC-Variante wird ab Werk mit einem Plax 22 Decoder ausgerüstet. Der Schienenbus überzeugt durch eine gelungene Detaillierung, makellos scharfe Bedruckung sowie saubere Lackierung. Extra eingesetzte schlierenfreie Fenster und ein freier Durchblick im Fahrgastraum einschließlich der Inneneinrichtung unterstreichen die hervorragende Detaillierung des Schienenbusses. Angesetzte Mehrfachstecker, verschiedene Bremsschläuche, angesteckte Magnetbremsen, diverse Leitungen am Fahrzeugboden sowie separate Auspufftöpfe am Triebwagen vervollständigen diesen Gesamteindruck des Modells. Der Steuerwagen besitzt darüber hinaus noch eine extra nachgebildete Lichtmaschine, stimmige Fahrersitze sowie eine passende Indusie, die sich vom Triebwagen unterscheidet. Die Luftfederung wurde vorbildgerecht ausgeführt. Der Pico Schienenbus besitzt einen schweren Zinkdruckgussrahmen und wird von einem leistungsstarken Kleinmotor angetrieben. Das verleiht dem Schienenbus exzellente Fahreigenschaften und sorgt auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen. Für sichere Betriebsfahrten auf der Modellbahnanlage ohne Kontaktprobleme sorgt der ab Werk integrierte, leistungsfähige Pufferspeicher, der kurze Stromunterbrechungen überbrückt und zum Beispiel Stottern im Sound der Vergangenheit angehören lässt. Das Modell besitzt eine Plax 22 Schnittstelle und ist für ein unkompliziertes Nachrüsten mit Sound und größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Mit den Funktionen F7, Führerstand 1 oder F8, Führerstand 2 ist das Spitzenlicht sowie die Schlussbeleuchtung separat schaltbar. Besonders innovativ stellt sich die Logik für die Front- bzw. Schlussbeleuchtung dar. Für Bei- und Steuerwagen werden keine weiteren Funktionsdecoder benötigt, da über die integrierte Elektronik des Triebwagens automatisch die korrekte Zugbeleuchtung geschaltet wird. Das bedeutet, dass an den gekuppelten Enden der Wagen automatisch die Zugbeleuchtung deaktiviert wird. Die Zuginnenbeleuchtung ist ab Werk bereits ausgerüstet. Die Zugzielanzeige lässt sich separat schalten. Die Soundvariante ab Werk mit einem Plax 22 Sounddecoder bietet insgesamt 19 verschiedene Soundfunktionen an. Hier ein paar ausgewählte Beispiele. F1 Motorsound F7 Handbremse anlegen oder lösen F11 Druckluftpfeife lang F17 Kuppelgeräusch Der innovative Pico Schienenbus der Baureihe 798 mit seinen technischen Highlights bietet ambitionierten Modellbahnern und Sammlern, für die die sehr gelungene Umsetzung eines Schienenbusses der frühen Serien ins Modell besonders interessant ist, ein Fahrzeug von hohem Spielwert und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten auf Nebenbahnen von Modellbahnanlagen. F17 Kuppelgeräusch F19 Kuppelgeräusch F30 Kuppelgeräusch Musik Musik Musik